Hallo, wir sind Planet Action. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für zahnmedizinische Entwicklungszusammenarbeit einsetzt. Wir organisieren kostenlose zahnärztliche Behandlungen in Ländern des globalen Südens. Zukünftig möchten wir mehr Fokus auf die Nachhaltigkeit unserer Projekte legen. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen wollen wir damit eine langfristige Fortführung unserer Arbeit vor Ort anstreben. Unser aktuelles Projekt heißt FAIR DENT und wird in Madagaskar umgesetzt. Es soll die lokale Bevölkerung für das Thema der Mundgesundheit sensibilisieren und gleichzeitig Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Wie wir das anstellen? Mit dem Aufbau einer lokalen Holzzahnbürstenproduktion in der Hauptstadt von Madagaskar. Planet Action arbeitet in diesem Projekt eng mit der Technischen Universität München und dem Deutsch-Madagassischen Verein Esslingen zusammen. Gemeinsam arbeiten wir mit unserer madagassischen Partnerorganisation Zolltec in Antana Narivo daran, den Rahmen für einen transparenten Wissenstransfer und für die Entwicklung sozialer sowie wirtschaftlicher Perspektiven zu schaffen. In die Tat umgesetzt bedeutet das für die Menschen in Madagaskar Zugang zu preiswerten Zahnbürsten, wichtige zahnmedizinische Aufklärungsarbeit und damit Verbesserung der Mundgesundheit, lokale Herstellung von Holzzahnbürsten und somit Schaffung neuer Arbeitsplätze in Produktion und Vertrieb. Zusammen mit unserem madagassischen Partner vor Ort wollen wir zudem ein zahnmedizinisches Präventionskonzept erarbeiten, um das Auftreten von Karies, Zahnschmerzen und oralen Entzündungen zu reduzieren. Eine langfristige und eigenständige Fortführung unseres Projektes in Madagaskar wird vor allem durch den wirtschaftlichen Anreiz garantiert, den der Vertrieb von Holzzahnbürsten mit sich bringt. Um unser Projekt in die Tat umzusetzen, benötigen wir deine Hilfe. 120.000 Euro sind unser Spendenziel, um Anschaffung der nötigen Maschinen, Verschiffung, Zoll, Umbaumaßnahmen zu finanzieren. Unterstütze uns mit deiner Spende. Spenden kannst du ganz einfach auf unserer Website.